Wenn das Gemeinschaftsgebet verrichtet wurde, sollte man dann eine zweite Jamaa machen und das Gebet verrichten? Nein, nicht an diesem Platz. Man kann das verrichten in einem Nebenraum, aber dort sollte man das nicht verrichten. Warum? Weil das Gemeinschaftsgebet wurde schon verrichtet. Nummer eins. Und Nummer zwei, wir haben keinen einzigen Beweis aus der Sunna des Propheten, dass eine zweite Jamaa errichtet wurde. Sagt man, was ist mit dem Hadith, wo der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ein Mann kommen sah, der noch nicht sein Gebet verrichtet hat, sein Pflichtgebet. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wer möchte ihm eine Sadaqa geben? Was heißt hier Sadaqa? Wer möchte ein freiwilliges Gebet führen, aber mit ihm zusammen das Gebet beten, mit dem, der noch ein Pflichtgebet zu tun hat. Dann sagen wir, wo ist der Beweis hier für eine zweite Jamaa? Denn der eine betet das Pflichtgebet, der andere? Der andere? Ein freiwilliges Gebet, das ist kein Beweis. Und daher, liebe Geschwister, soll man das unterlassen. Und auch, um die Tür zu schließen, weil es gibt Leute, der Imam gefällt ihnen nicht, mögen ihn nicht. Also, verabreden sie sich immer ein paar Minuten später und dann warten sie draußen vor der Moschee, wenn er den Taslim hört, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, dann kommen sie reingerannt, als ob sie es noch schaffen wollten, mashallah alaikum. Ja? Und dann machen sie ihre zweite Jamaa. Diese Tür wird geschlossen, weil das ist Fitna. Wallahu ta'ala ala wa ala. Aber ist das Haram? Wenn wir fragen, ist das Haram? Es gibt Chuyuk, die haben eine ganze Abhandlung über dieses Thema gesprochen. Und mindestens haben sie gesagt, ist das makroh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ja? 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 Ja